Die fünfteilige Fernsehserie Deutschland, deine Schwaben, nach dem Erfolgsbuch von Tadeus Troll, ist nun erstmals komplett auf DVD erhältlich. Das ist eine einmalige Leistung, wenn man es mit so wenig so weit bringen kann. Durch das Programm führt Willi Reichert. Mit dabei sind viele beliebte Schauspieler wie Oskar Heiler oder Otto Breich. Ich will die Oggspitzen im Bote rein, dass doch Herbert mit der Beißsanger rausholen muss. Deutschland, deine Schwaben ist eine Mischung aus Sketchen, Interviews, Landeskunde und Animationen, die den Charme der damaligen Zeit liebevoll, aufwendig und im Dialekt widerspiegelt. Das gehört zur Allgemeinbildung, dass man das weiß. Den Sie fotografieren alles. Da wird aber fein, nirgends noch ein Brunsch. Jetzt leg mich doch auf den Arsch. Ja, jetzt kann er, jetzt leg mich doch an. Ich das darf man nicht sagen. Als Bonus gibt es unter anderem neu produzierte Interviews mit der Trollsekretärin Eleonore Lindenberg und der damaligen Bildmischerin Isolde Rinker. Das ist nur lang nicht alles. Deutschland, deine Schwaben auf DVD. Jetzt überall erhältlich im Fach- und Buchhandel, sowie im Internet unter schwabenlandfilm.de und swrshop.de. Ich kann es auch nicht ändern, so sieht man halt. Deutschland, deine Schwaben. In der Erotik, da sind wir Schwaben direkt den Teufel.